Hallo, bei mir gibt's ja Sonntagpizza. Denk doch mal an die anderen. Ja, bei uns gibt's morgen auch keine Pizza, aber Mike wartet ja auf eine gute Nachricht. Pizza hält so gute Nachricht oder nicht? Nee. Komm, doch die Pizza an. Weh, Graun, bist du Pizza-Hasser oder was? Ich mag keinen Käse, also mag ich auch keine Pizza. Hallo. Hallo, herzlich willkommen. Endlich sagt jemand mal Hallo zu den Leuten, die zuschauen. Ich hab aber nicht zu dir Hallo gesagt, weil ich will deine Aufmerksamkeit haben. Guck mich an. Ach so. Ja, super. So, jetzt guck ich dir in die Augen und verrate dich. Tschüss. Und mit so einem lass ich mich hier ein, mit einem, der keine Pizza isst. Ach so, du bist einfach weggegangen. Kannst du mir noch sehen. Chaos-Meterium, ne? Ja. Nö, mich greift grad ein Einsiedlerkrebs an die ganze Zeit. Nö, ich kann ihn nicht sehen. Ha. Das hat funktioniert. Ey, mir fehlt ne fucking Falle. Wie weit bist du denn? Wie weit bist du mit der Quest? Mir fehlt ne fucking Falle. Eine. Ich brauch nur noch eine Falle beenden und dann hab ich endlich die scheiß Herz-Quest hier durch. Wofür ist eigentlich dieser ganze Blutstein-Staub? Es ist hier schon 20 Minuten an diesem Herz, ey. Das ist ein Handwerksmaterial, da kannst du aus 100 Stück, glaub ich, einen Waren machen, oder waren es aus 1000? Nee, ich glaub aus 100. Und da kannst du da Waren raus machen. Okay, den kann man dann auch nicht verkaufen, ne? Ne, am Anfang hatte ich den über wie Sau, da hab ich den alle weggeschlissen, weil ich dann noch nicht so weit vom Level war, dass ich den verarbeiten konnte. Inzwischen hab ich so Viecher, die das wiederverwerten, also. Wenn du sowas hier hast, dann kannst du die Sachen verwerten, mach ich, dass du da so Sachen brauchst. Die kriegst du übrigens, indem du hier auf diesen Karten, wenn du auf H gehst. Auf was? Auf H und dann auf Chronik. Steht im Titel, was ist es? Ja. Ne, sorry, war doch Erfolge. Und dann da Chronik. Ich lese mal hier kurz vor, bin mal kurz aus der Gruppe rausgegangen da. Ich wusste, ihr würdet uns in Zeiten der Not bestehen. Danke, dass ich dir mitgeholfen hab, diesen vom Krieg gezeichneten Ort wieder in ein Zuhause zu verwandeln. Ohne euch hätte ich das nie geschafft. Xander ist auch ein cooler Name. Ach da. Mhm. Wenn du oben diesen Balken abgeschlossen hast, hast du 28 Erfolge gemacht hast, dann kriegst du so einen Teil. Und da hast du mehrere Karten und der eine kann dies verwerten und der andere kann das verwerten. Und die kannst du, wenn du alle hast, zu diesem Schimmer des Empfindens zusammenfügen. Ah. Ja, das dauert noch. 12 von 28 hab ich. Ich würd sagen, die Quests können die wahrscheinlich erst in der nächsten... Ich geh mal davon aus, dass Shadow uns komplett auslässt jetzt. Ja. Also ich bin jetzt von der Story soweit, dass wir danach König engendern müssen. Also ich bin soweit, dass ich noch ein paar Events machen muss und dann bin ich glaube ich auch soweit, oder? Ich bin soweit, dass ich jetzt das Herz... Ja genau, dann musst du mit Logan quatschen und dann... Ich bin soweit, dass ich das Herzchen jetzt mache und das war's dann auch. Rettet Gefangene Seraphen, steht Schlachtpläne, vergifteten Augen. Ich bin ja getarnt jetzt auf einmal. Jo, dann wünsche ich euch noch viel Erfolg, ne? Jo, tschau. Tschüss. Tschüss. Ich brauch Events, gib mir Events, du. Ich werd jetzt auch gleich äh... gucken, dass ich den Charakter umhole. Das dürfte ja... Das muss anfangstechnisch nicht so schwer sein, glaub ich. Also am Anfang, wenn du Bärwerke hast, ist es ein bisschen um den Boden, dann stirbst du ein paar Mal öfters, aber da kriegt man an, dass man dann besser wohnt. Wollen wir mal gucken. Geblock, 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 geblock. Gut. Was ist denn hier neue Sequenzen an mir? Ich seh keinen. Gerade gar keine Gegend auf der Kabel. Ach doch. Auf der letzten Sekunde macht die ihren Piffs-Move. Das kann doch nicht wahr sein. Auf der letzten Sekunde. Die war kurz vorm Umkippen. So zwei Millimeter Leben hatte sie noch gehabt. Dann macht sie noch diesen Notfall-Drecks-Move ey. Oh, diese scheiß Mess-Move ey. Öh. Müssen die Events erfolgreich sein? Wie krieg ich denn diese Verkaufsfläche? Ne, du musst einfach nur Erfahrungen sammeln und wenn du die voll hast, dann egal womit du hast. Metan-Fläche meine ich. Alter Schöne. Ach so. Oh, okay. Oh yeah, yeah. So würde ich auch gerne mal rumlaufen. Bedrohungseinschaft. Okay. So, das war ja einfach Fort Avenia entdeckt. Und zur Seite. Zốt. Oh. Wow. Der Idiotris想. Oh. Was ist das? Was ich auch gemacht habe, es war richtig am Anfang. Oh. Ihr seid tot. Haben wir nichts gemacht. Schleichmission ist nicht meine Stärke. Musst du nicht schleichen. Ich habe gerade ein Event abgeschlossen, aber dieser Balken ist irgendwie nicht weiter nach vorne gegangen. Was ist das? Das war auch knapp. Das war zu spät. Und jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Das war weh. Glückert. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Kann doch bestimmt. Ups. Kann man anscheinend nicht. Interessant ist es schon. Was ist das? Was ist das? Was ist das? War das knapp gerade. Das habe ich wahrscheinlich schon vergiftet hier. Was ist das? 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 Oh. Ja. Da könnte auch noch was sein hier. Auflage. Ich glaube hier in der Welt einfach diese Weißmäntel umzubringen. macht viel mehr Sinn als die Events zu machen. Ja. Ich habe es auch so gemacht. Ich habe alle Herzchen. Cool. Das einzige was mir fehlt ist jetzt oben rechts die Sehenswürdigkeit. Dann habe ich alles. Ja. Genau. Das fehlt mir auch. Sehr schön. Ich kann auch nicht zurück. ne. Also die Wegmarke ist umkämpft. Ja. Ja. Also jetzt echt. Pfff. Alles ist. Okay. Ist gut. Ist gut. Ich gehe durch Götterfels. jetzt. Ich lade also ein anderes Gebiet extra damit ich jetzt dorthin kann wo Logan gerade steht. Pfff. Oh Mann. Kein einziger Wegmarke ist mehr da. Ich glaube einmal schnack ich schnack einmal noch mit Logan glaube ich. Dann versuchen wir den Charakter mal ein bisschen um zu modellieren. Ach das ist ein Meta Event hier entgangen oder was. Hä. Wo ist Logan? Scheiße. Ich bin vorbei gelaufen. Keiner sagt mir was. Hm. 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 Ihr seid zurück und das in einem Stück. Ich nehme an, ihr habt einen Bericht für uns? In der Tat. Die Seraphen haben den Bazar gesichert. Aber der Mantel rückt an anderen Orten in der Region vor. Seidras Hafen ist definitiv ein Ziel. Wir sollten Unterstützung dorthin schicken. Ich werde versuchen, so weit wie möglich eine Abteilung loszuschicken. Was sonst noch? Der weiße Mantel scheint sich für Neulimwald zu interessieren und für ein schwer befestigtes Haus im Wald nördlich von hier. Hm. Wenn sich der Feind dafür interessiert, dann sollten wir das auch tun. Ich weiß eure Bemühungen zu schätzen, Kommandeur. Dank euch stolpern wir nicht mehr völlig blind in den Kampf. Während ihr auf Erkundung wart, haben wir die Information erhalten, dass der weiße Mantel vor Evenia eingenommen und so seine östliche Flanke verstärkt hat. Was noch schlimmer ist, über dem Vorbaut sich eine Art magischer Sturm zusammen. Einen Frontalangriff können wir nicht riskieren. Es soll sich eine Agentin der glänzenden Klinge in der Gegend aufhalten. Angeblich eine Expertin in Sachen Sabotage. Ich denke, zusammen mit ihr könntet ihr eine Menge Schaden anrichten. Findet diese Agentin und versucht etwas gegen den weißen Mantel im Vor zu unternehmen. Logen hat ein Schild im Gesicht. So, Sabotage in Forte Venia. Da war ich gerade. Ey, hast du nicht zugehört, dass man das so bei der Quest machen muss? Ja, habe ich schon zugehört. Und warum? Naja, egal. Nein. Ich glaube schon wieder unnötig. Ich weiß, ich fliege irgendwie durch Photontorpedos durch gerade. Wo will ich eigentlich hin? Nach oben links. Aber das ist ja kein Problem, dass wir es machen. Wir müssen ja nur das gleiche nochmal machen. Aber ganz ehrlich, ich würde das jetzt an der Stelle auch pausieren, denke ich, gleich. Ich mache noch ein Stück. Ich muss ja unbedingt jetzt noch ein Gegner reinlaufen. Schreit noch, während sie jedenfalls in den Flammen erstickt und verbrennt. Verdammte Jadekonstrukte. Tja, die schlagen stärker zu als eine Horde Zentauren. Ganz langsam. Was ist euch widerfahren? Ich habe verdeckt in den Flammen. Ich habe verdeckt in Vor-Evenia gearbeitet, als diese dreckigen Kultisten einen Überraschungsangriff gestartet und es eingenommen haben. Sie haben mich ertappt, als ich die gefangenen Seraphim befreien wollte. Auf der Flucht hat mich einer dieser Jadebögen erwischt. Dann ist dieser Sturm aufgetaucht. Vermutlich eine Folge der Blutsteinscherben, die sie dort lagern. Logan hat mich geschickt, um den weißen Mantel im Vor zu schwächen. Was kann ich tun? Ihr könnt mir helfen, meine Mission zu Ende zu führen. Es sind noch einige gefangene Seraphim im Vor, die Hilfe benötigen. Darüber hinaus bieten sich sicherlich verschiedene Gelegenheiten, Informationen zu sammeln. Oder ihr versucht es mit etwas guter alter Sabotage. Sofern ihr unentdeckt bleiben könnt. Ich kann euch mit einem mächtigen Schleier verhüllen, der euch wie eine Soldatin des weißen Mantels erscheinen lässt. Es gibt allerdings einige Einschränkungen. Die Tarnung wird einem prüfenden Blick nicht standhalten. Verhaltet euch also unauffällig, wenn euch der weiße Mantel sehen kann. Seid vorsichtig da drinnen. Vor allem in der Nähe dieser Jade-Konstrukte. Ja, bleibt in Sicherheit und haltet euch versteckt. Ich werde bald zurück sein. Schlachtpläne gestohlen. Ja. Boop! Ja, das beste ist glaube ich, dass wir noch hören wie er stirbt. Ja, die Kanone ist kaputt, mehr wollte ich gerade gar nicht. Ich kann die Quest gar nicht mehr machen. Ne, weil das Event läuft wahrscheinlich. Ne, das nicht. Ich habe die Sachen ja schon genommen. Die Schlagpläne und so. Ja, schein so. Scheiße. Das zwingt mich wohl gleich wieder hier raus zu gehen. Toll. Gut, dann würde ich die Chance auch gleich nutzen. Ich gucke mal noch, ob ich auf die andere Seite die Quest machen kann. So, vervollstehen den keinen. Ja. Prost. Ja, Schlagpläne haben sie genügend, ja. 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 Danke. Ja. 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 Gut, drei Soldaten und einen Schlachtplan. Dann habe ich es. Das ist jetzt was, das würde ich es kriegen. Oh, ein Beerscha-Punkt sogar, krass. So, nur noch Soldaten finden. Ein Soldat noch... Flasche Rotwein. Okay, dann nehme ich mit. So, das wäre abgeschlossen. Gehen wir jetzt nochmal raus, würde ich sagen. Hä, wo bin ich denn? Wo ist denn die Tür? Die Tür ist weg. Oh ne, da ist die. Die Serapen konnten entkommen. Und der weiße Mantel hat einiges an Aufräumarbeiten vor sich. Gute Arbeit. Die Familien der Soldaten werden froh sein, sie lebend wiederzusehen. Kehrt zu Hauptmann Thackeray zurück und überbringt ihm die guten Neuigkeiten. Ich bleibe hier und koordiniere weitere Überfälle. Bam. Abschluss. So, und jetzt wieder zurück. Gut, mit Logo würde ich sagen, spreche ich beim nächsten Mal. Okay, danke fürs Zusehen. Danke. Danke.